Ich freue mich sehr, gerade ist es angekommen, mein erstes oder mein Exemplar von Sei mein Gast, das tolle Buch von Annalena Dorau. Ich freue mich riesig und vor allen Dingen freue ich mich, weil ich zu diesem tollen Projekt etwas beitragen durfte. Und zwar habe ich die Illustrationen gemacht für das Knigge-Kapitel. Das hat wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht und war so eine richtige Weihnachtsüberraschung für mich, weil die Anfrage kam ganz kurz vor Weihnachten. Ein ganz tolles Projekt, das ich sehr, sehr gerne gemacht habe. Und jetzt freue ich mich natürlich darauf, oder ich freue mich darüber, dass es da ist. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn es ein Riesenerfolg wird. Ich finde das Buch ganz toll und ich glaube, es ist eine große Überbrückung oder eine schöne Überbrückung, dass wir alle wieder Gastgeber sein können und Feste feiern können. Ja, und ich hoffe, dass das ganz bald wieder möglich sein wird. Und bis dahin wünsche ich einfach allen, die das Buch haben, ganz, ganz viel Spaß beim Lesen. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ein ganz tolles Buch. Sei mein Gast von der lieben Nadine Dorau.